und herzlich willkommen zurück zu resident evil 2 so wir haben ja jetzt schon mal die polizeistation ein bisschen erkundet haben ja auch schon polizisten gefunden von dem haben wir jetzt das kampfmesser bekommen wo ist der jetzt überhaupt hin der saß doch jetzt gerade nur irgendwo hier ist auf jeden fall weg sondern gehen wir mal hier weiter halt wir müssen ja das messer ausrösten müssen ja das glaube ich irgendwie zerschneiden oder ach so geht es machen wir auf drücken fünf schuss haben ja leider nur da liegt auf jeden fall munition gott sei dank gott sei dank graut natürlich erste hilfe spray hammer 1 graut hammer 11 schuss müssen wir auf jeden fall gleich nachladen mehr haben wir hier nicht irgendwas klappt doch hier schon wieder hier hinten taschenlampe machte von selber an jetzt kommt die düstere musik kriegt man wieder gleich gänsehaut munition haben wir ja auch keine zwei sie natürlich ganze gesicht aufgerissen über also kleine kinder schaut die videos nicht an die sind schon extrem auch wenn es nur zombies sind aber das ist wirklich schon nichts für euch ja die frage ja was war das jetzt die frage ist steht ja noch auf oder nicht scheint tot zu sein kann aber sein dass der dann späteren verlauf ist wieder aufsteht oh mein gott erschreckt mich nicht so kommen wir hier rein also ihr seht ihr über die türen über die genau für hier die symbole also die schlüssel die er benötigt damit er hier reinkommt ja ja hier haben wir schon mal nix so wie gesagt das coolste an dem spiel ist ja hier mit fenster wir barrikadieren aber wir haben noch keine hützer die kann man dann im spiel also die findet man hier im spiel und dann kann man natürlich die fenster hier zu machen kenne ich halt jetzt alles von der demo die halbe stunde was man spielen konnte da haben wir ja ja kommst du rein oder net ja die wird jetzt noch draußen bleiben aber die wird jetzt dann da kommt sie doch schon ein bisschen munition sparen die frage ist sie tot nein gott sei dank ich glaube in der demo habe ich nämlich schon viel zu viel schuss dann für die ausgeben so hier kann man eh nicht weiter oder nee dann gehen wir mal hier rein komm zieh ein lichtschalter kalte getränke können wir mal was gebrauchen jetzt was haben wir hier ereignisbericht 25 september aufgrund des plötzlichen ausbruchs haben wir in der polizeistation eine schutzunterkunft eingerichtet sämtliches polizeipersonal hat die sicherheit der bürger zu gewährleisten werden wir so viele wie möglich unterzubringen versuchen am 25 september zusatz eine der zuflucht suchenden personen hat uns mitten in der nacht angegriffen und dabei einen beamten getötet und drei weitere verletzt der täter wurde schnell gefesselt wir vermuten dass ihm aufgrund des enormen stresses die nerven durchgegangen sind ja ja das ist die anfangsphase wo noch keiner weiß um was es hier überhaupt geht ein mob hat die polizeistation angegriffen und dabei mehrere todesopfer gefordert einige überlebende konnten zwar hinter die sicherheitstüren flüchten wir sind jedoch umzingelt entkommen wird schwierig wir wissen nicht ob wir die kommunikationsausrüstung reparieren können und sind von der außenwelt abgeschnitten am 27 september im westflügel der polizeistation ist es gegen 13 uhr zu einem weiteren angriff gekommen dabei starben zwölf personen und es gibt nur noch wenige überlebende hierfür sinkt langsam alles im chaos david ford wobei man aber halt denken muss polizeistation die haben doch so viel waffen ja wir haben vom ersten stock oder ersten floor glaubt ja müsste erste schock sein die karte erst floor heißt aber glaube ich auf englisch also auf deutschland erdgeschoss nicht nicht erster stock die karte benutzen der kartenbildschirm ist nicht nur nützlich um sich gegenwärtige positionen und umgebung anzusehen er zeigt auch interessante details sowie objekte an die sie zwar gefunden aber nicht aufgenommen haben okay also eingangshalle ja also das ist erdgeschoss das haben wir hier sicherungskasten wir waren doch rein rechts genau hier war mir ja drin raum der wache also genau hier war der raum wo wir die wache hier aus der tür herausgezogen haben und wir sind jetzt im besprechungszimmer okay was hier oben kann man durch mal gucken ob hier noch irgendwo munition oder was rumliegt so hier brauchen wir auch wieder den schlüssel schaut nicht so aus munition hier haben wir doch welche vier schuss na das wenig jetzt haben wir insgesamt 11 und 11 in der waffe sind 21 schuss also wie gesagt wir müssen schauen dass mal einiges mit messer hier machen weil sonst glaube ich kommen wir ja nicht weit ich schneide ich nicht aufpassen so jetzt mal gucken wäre natürlich gut wenn wir uns an den hier irgendwie anschleichen könnten wieder 16 so 27 schuss jetzt mal gleich mal gucken dass der ja nicht mehr aufsteht klar mal ein bisschen vorschlitzen hier ist er jetzt tut ja noch ein bisschen so jetzt muss auf jeden fall tot sein schauen wir mal dass man den hier irgendwie langsam rankommt dass wir den auch mit messer erledigen ich will nicht so viel munition ausgeben kommt fliege um ja so soll es sein wir haben den armen abgestimmt komm sterb normalerweise müssen wir jetzt optionen haben dass man den irgendwie im kopf hier neues messer reinstecken kann also der schaut auf jeden fall übelst zermittel aus oder fuß ist auch abgefallen also der dürfte ja normalerweise nicht mehr aufstehen jetzt am fuß fehlt alles fehlt jetzt mal gucken ob es denn hier sonst irgendwas noch zu gebrauchen gibt nichts aber wir werden mit denen dann gleich weitermachen hier ja seht selber der steht auf was super das hätte natürlich er wissen müssen jetzt ist mein messer abgebrochen jetzt haben wir kein messer mehr aber es kann doch nicht sein das muss man doch mal vorher wissen dass mein messer kaputt das sind es auch am fenster scheiße okay da ist zu zwei messer kaputt also sowas was haben wir hier schließfach terminal notiz auf der tastatur des schießfach terminus fehlen einige tasten der verantwortliche soll ersatz tasten besorgen und das umgehende reparieren du weißt dass du gemein bist du dreckskerl wer sonst würde ich solch eine missbauen also dann brauchen wir tasten genau in dem raum natürlich haben wir nicht was brauchen wir denn die taste 2 und die taste 3 ach so 102 wir können ja trotzdem also 102 das geht ja gar nicht wir probieren jetzt mal die 104 vielleicht kriegen wir das sogar auf 104 ach so für die 104 brauchen ein code 204 oder wie das hier gemeint ist naja natürlich ohne die taste 2 kriegen wir natürlich hier überhaupt nichts auf was liegt denn hier alles drin ist nur eine leere dose ah hier haben ein neues kampfmesser und da schaut aus wie ein film da haben wir munition ok hier brauchen wir eine karte was haben wir hier drin schrott munition ah ohne schrottflinte da haben wir schrott munition was ist das hier ein rucksack okay also dann brauchen erstmal diese tasten ohne die können wir natürlich überhaupt nichts machen und vor allem brauche ich ein neues messer schon mal ganz wichtig wie viel ist das einer ja oh sei ruhig grünes grad jo tür ist zu ja munition 20 schuss so was ist das hier ach schießpulver standard schießpulver wenn man zwei einheiten davon kombiniert erhält man pistole munition das weiß ich natürlich gar nicht mehr ob das jetzt auf der playstation 1 genauso war heilwirkung von kräutern seit am beginn der zeit behandelt die menschliche krankheit mit heilkräutern in diesem buch stellen wir drei dieser in den aggler bergen heimischen kräuter vor grüne kräuter heilen einfache verletzungen während blaue kräuter seit langem als gegengift eingesetzt werden was die roten kräuter betrifft so sehen sie zwar schön aus besitzen jedoch keine heilwirkung zumindest dachte man das bislang es ist allgemein bekannt dass man durch die kombination von heilkräuter mixturen erhält die deren wirkung steigern und wie wir herausfanden spielen die roten kräuter dabei eine zentrale rolle einem doktor der asiatischen medizin zufolge erhält man durch die mischung von blauen und roten kräutern eine mixtur die die konstitution stärkt tatsächlich stehen wir gerade erst am anfang der erforschung des wahren potenzial ist dieser kräuter und ihrer heilwirkung weitere forschung dürfte noch faszinierende ergebnisse hervorbringen also das ist ja schon mal klar könnte man ja den mal überschreiben also grün und rot ergibt halt doppelte heilkraft das weiß ich ja noch von damals von den westlichen teilen also rot verstärkt hat ist dass es mehr werde ich kann ja grün und grün eigentlich auch kombinieren also damals ging es auf jeden fall aber das wollen wir jetzt mal nicht machen also jetzt mal gucken die schießbrüfer tun wir jetzt auch mal raus damit man mal wieder platz hier in unserem ding hier haben erste hilfe spray und grünes kraut kommen die lassen wir jetzt mal vorsichtshalber noch drin so was haben wir hier das war nur die schreibmaschine lichtschalter das müsste auf jeden fall ein safe room sein also hier dürfte auf jeden fall überhaupt keiner reinkommen was haben wir hier ach so da brauchen wir dann den film bestimmt hier aus dem schrank dass wir den hier entwickeln hier haben wir ein rotes kraut das können wir auf jeden fall jetzt klar mal kombinieren und was haben wir hier film ist beweismaterial nicht liegen lassen ja also wie ich sei in dem einen schrank so wie ich das zehn abort war das hier an film wir kombinieren jetzt auf jeden fall mal so gemischte kräuter ja das gibt natürlich dann viel mehr an gesundheit so dann schauen wir mal weiter jetzt wird dann bestimmt er hier vom fenster hier reinkommen wo waren wir jetzt hier haben wir doch bretter holzbretter einmal so und damit können wir natürlich dann die fenster zu machen jetzt kommt du erstmal rein na der kommt gar nicht annehmen warte mal das könnte man eigentlich gleich zu machen benutzen ja ich glaube jetzt kommt er nämlich gar nicht rein oder oder ne schaut nicht so aus ah nein nicht so für munition verschießen so was ist mit dir halt da kommt kann doch nicht sein dass ich jetzt mal ganz die munition hier braucht bist du jetzt tot wo ist er jetzt nach der hier unten da ja jetzt haben wir auf jeden fall komm drei stück mehr nein fünf waren so du kannst schön da unten weiter rütteln du dürfst du eigentlich gar nicht reinkommen wenn wir hier verbarriketiert haben das fenster so was ist hier drin naja ich wieder schränke schrot munition da haben wir leider nichts drin anleitung für tragbare tresoren drücken sie einen knopf um die entsprechende lampe anzuschalten schalten sie alle ein um den tresor zu öffnen die knöpfe müssen in einer bestimmten reihenfolge gedrückt werden wenn sie einen falschen knopf drücken gehen alle lampen aus und sie müssen wieder von vorne anfangen was haben wir hier tragbare tresor was sie können weg dem tor näher untersuchen ja der ist das falsch welchen knopf habe ich jetzt gerade gedrückt ah den den falsch oh eins ok das ist auch richtig nein der der und welcher war das jetzt der scheiße jetzt fangen wir nun mal von neu an der 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 ach das habe ich wieder vergessen nein ach so der 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 dann der 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 und kommt und nein also wir müssen dann erst den hier oben drücken oder oder so oh wieder falsch leute 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 das vergisst man jetzt irgendwie so schnell alles das der jetzt mal mal gucken der wort es der wort es dann so dann haben wir den dann war jetzt habe ich schon wieder vergessen der nein der worte ist ok also Also, der, 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 der. Ja, was bekommen wir jetzt da drin? Ersatzteil für? Für was soll das sein? Ein Knopf für ein Terminal, ja. Natürlich die Frage, weil keine Zeit draufsteht, aber der muss ja dann für unten sein. So, hier brauchen wir auf jeden Fall ein Rad, sonst kommen wir hier nicht durch. Ja, das war der unten am Fenster. Ah, hier haben wir noch ein rotes Kraut. So, jetzt wird es aber langsam eng mit dem Platz. Achso. Können wir jetzt hier oben gar nichts weiter machen, ja? Achso, wir können ja nach oben gehen. Jetzt bräuchten wir aber langsam mal eine Truhe. Weil mehr können wir jetzt dann wirklich nicht mehr tragen. Ein Gegenstand noch und dann ist das nämlich rum. Kombinieren. Ja, Munition ist immer gut. So, was ist denn hier drin? Ah, Zahlenschluss. Ja, da werden wir auf jeden Fall den Code noch brauchen. Da haben wir ja leider noch nichts gefunden. So, da haben wir den Schlüssel. Das Symbol haben wir auf jeden Fall unten schon gesehen. Was ist hier drin? Ja, frage ich mich jetzt gerade auch, ey. Tja, wenn man jetzt nur wüsste, was das wieder ist, ey. Mal schauen, vielleicht kommt jetzt hier ja gar nichts. Natürlich muss man jetzt hier in die Tür rein. Was haben wir hier? Ich muss jetzt los, die Pflicht ruft. Und außerdem muss ich einen Freund rächen. David. Kann man jetzt hier irgendwie schleichen? Okay, dann muss man halt mit gedrückter Waffe vorangehen. So, da natürlich die Decke hier oben überall offen ist, befürchte ich, dass dann gleich so ein Viech kommt. Vielleicht haben wir ja Glück und hier kommt noch nichts. So, jetzt haben wir natürlich keinen Platz mehr für die Bretter. Scheiße. Und Schießpulver auch nicht. Ah, blöd. Müssen wir dann auf jeden Fall nochmal hier hoch. Weil ich glaube nicht, dass wir jetzt hier oben irgendwo eine Truhe haben. Da ist Munition. Also das dürfen wir schon mal nicht vergessen. Schießpulver haben wir hier oben. Und Bretter. Und Bretter. Das müssen wir dann auf jeden Fall noch holen später. Wie gesagt, jetzt gehen wir erstmal schön langsam. Oh, da ist C4. Anonyme Notizen. Diese Konzernwichser haben mir den Geldhahn abgedreht. Und das nach allem, was ich für sie getan habe. Aber wenn es unbedingt sein muss, werde ich mich noch etwas Spaß gönnen, während die Welt den Bach runter geht. Ich habe die Dreckschweine in einen mit C4 präparierten Stallpferch gesperrt. Muss sie nur noch zünden, dann war es das mit denen. Aber wenn es zu schnell geht, macht es keinen Spaß. Vielleicht werde ich mit diesem einen durchgedrehten Spinner ein kleines Spielchen veranstalten. Ja, vielleicht gebe ich ihm ein kleines Spielzeug und sage ihm, töte deinen Nachbarn, dann verschone ich den Rest. Was er dann wohl macht? Du schreist was von Gerechtigkeit und Stolz, aber wie oft hast du dich bitte deinem Vorgesetzten schon widersetzt? Ja, du warst so ein guter Bulle. So gut, dass du sterben musstest. Mann, bringt das Spaß. Fehlt nur noch Musik. Genau, was haben wir denn hier überhaupt? Eine Gürteltasche. Ah! Eine Gürteltasche. Ja, prima. Dann können wir auf jeden Fall jetzt die anderen Sachen mitnehmen. Dann müssen wir eine Nummer hier hoch. Jetzt weiß ich auch in dem Schrank. Das ist kein Rucksack. Das ist nur eine Gürteltasche. So, der hat irgendeinen Spinner hier eingesperrt. Ach so. Da liegen aber jede Menge drin. Jetzt werden wir auf jeden Fall mal schnell die Sachen hier aufheben. Ich befürchte trotzdem, wenn wir hier rausgehen wollen, dass irgendwas kommt. 100 Prozent. Vor allem hier ist noch eine Tür. Jetzt nehmen wir erstmal die Sachen hier mit. So. Und die Schießpulver. So können wir auf jeden Fall schon mal Munition herstellen. Mal gucken, wie viel Schuss denn zwei so Schießpulver ergeben. Oh, wo sind wir jetzt? Bibliothek. So, dann müssen wir mal gucken, wie wir jetzt so schnell wie möglich hier zurückkommen. Was ist hier? Ach so, Leiter. Aber wir gehen nicht, bevor wir nicht alles hier absuchen. Okay, hier kann man schon mal nicht vorbei. Die Frage ist, würden wir mit dem... Ah, der wird man gar nicht treffen. Vielleicht den Kronleuchter runterschießen, dass der genau auf die drauf liegt. So, hier kann man runtergehen. Oh mein Gott, bin ich jetzt erschrocken. Eieieieieiei. Na ja, bleibt mir nichts anderes übrig. Oh, oh, oh. Nein, ich muss raus, raus. Oh, scheiße. Komm weg. Hey. Kommt du den weg. Natürlich habe ich jetzt kein Scheißmesser. Rotes Buch, das muss ich auf jeden Fall später anschauen. Ja, warum kann ich das hier nicht reinsetzen? Ein zerschlüssenes, altes rotes Buch. Warum ist mein Inventar voll? Ach, gibt die Tasche nur zwei Plätze frei. Dann müssen wir erstmal unser Spray nehmen. So, dann haben wir Platz für das Buch. So, wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir jetzt irgendwie hier rauskommen. Na, kommt doch mal schön zu mir her. Kommt mal hier her. Ja, aber im späteren Verlauf sind die dann immer noch da. Also das bringt mir jetzt überhaupt nichts, wenn ich die leben lasse. Nein. Ich hoffe, die Tür ist offen, ey. Komm. Nein. Ah, Schlüssel. Benutzen. Schnell, beeil dich. Komm, mach zu. Sind wir jetzt in der Eingangshalle? Ja, da unten sitzt du doch. So, hier haben wir ja nichts, dann können wir auf jeden Fall später mal schauen, wegen der Taste. Ach, Claire. Du kennst sie? Ja, sie heißt Claire. Ich kam mit ihr in die Stadt. Du gelangst zu dem Hof da. Die Stufen hoch. Ostseite. So, jetzt gehen wir erstmal schnell zu unserer Kiste. Ach, da kann ich lang suchen hier unten, wo der sitzt. Der sitzt ja hier oben. So, was tun wir denn jetzt raus? Das Graut raus. Die Taste tun wir jetzt auch mal raus. So, jetzt schauen wir aber gleich mal wegen dem Schießpulver. Und was denn das rote Buch hier auf sich hat. So, kombinieren und... 15 Schuss. Oh, das ist natürlich jede Menge. Jetzt müssen wir mal das Buch hier anschauen, was das hier sein soll. Was ein Plastikteil in Form eines Buches sieht aus, als wäre es mal von einer Hand gehalten worden. Kann man das irgendwie aufmachen? Ne. Ja, das muss man bestimmt irgendwo in der Bücherei dann einfügen. Also, das lassen wir so. So. Dann sind wir für heute fertig mit unserer Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Könnt ihr ja ein Like geben, wenn ihr wollt. Würde mich sehr freuen. Auch über ein Abo würde mich sehr freuen. So würdet ihr auch keine weitere Folge verpassen. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht es gut. Tschüss.